ich mache jetzt die Live-Übertragung aus der Luft der ist hinten rausgelaufen, rennt hinten ohne Waffe raus so jetzt habe ich den Scope der rennt weg Richtung Terra, der ist links vor dir ich bin fest hat er eine Waffe? ne, der ist ohne Waffe unterwegs hier da wo ich hinfliege, der läuft hier vor mir ich wollte gerade auf dich schießen ja, der läuft hier vor uns das ist Auto Juli, bist du da? ja, 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 klar Fick ihn Alter, wie er weggeflogen ist wolltest du mich überfahren oder was? ja wo war Sophie, der hat doch gerade eingekillt Richtung Deathmatch Compound vor allem er heißt noch Easy, ne? toller Name ich brauche nur ne Weste wenn ich voll am Start ja kommen wir mal eben da rein, ok? da ist nichts doch, hier liegt ne Waffe G36C mit Magazin pfff genau, ja da ist noch ne Waffe Juli jetzt hast du das Magazin weggenommen du wolltest doch nichts du wolltest doch nichts du hast doch gesagt, hier ist nichts Alter, ich hab hier so ne Stechmücke drin ja, was ist jetzt hier noch mit Waffe ne, ich steig ein wenn ihr, wenn ihr, ich lauf hinter euch hier hinter euch? Juli ist oben im Haus ja hier ist noch, nein, nicht nur das AK-Mac haben du äh, zwei Max ins Auto für die Waffe wenn man die hat ich hab die nie mehr ich hab auch keine ne, ich hab auch keine, ne ne, ich dachte hier für die G36 hat einer von euch irgendwie so fies hier links unten ich glaub so fies an den links an den Häusern hier in dem langen Haus ja die sind weit weg, die hat nämlich auch die Tara, willst du uns jetzt da hinfahren oder was? du bist wütig, Alter ich glaub auch, dass die hier ist eine Leiche links an der Hütte wohl links ja direkt vor uns mach, mach den Mut aus hier neben uns im Haus, die sind im Haus Achtung, Tara ist die hier da drin ja, jawohl ja well done go away die kommen gleich der erst mal so Geiler geiler scheiß der Killsquad so hisse called Hedgeback, Shopify, pack die Pistole aus oh man, wie bin ist mein Charakter, man ist schon über die Gruppe weg ja ich bin in den Kompot reingeschwungen hey so ne Waffe die sind die noch? sind die dabei nehmt raus? ja die sind stehend direkt da vorne crash die bitte nicht jetzt wird's nervig die sind halt schon sehr schnell ich sage wenn ich anhalte echt? soll ich nicht aussteigen und dabei sterben? ich halte an hipfire OP lol und die beiden oh Terra rip Terra rip oh ne ernsthaft wenn ich wieder Leute suchen und an die können wir die wieder abknacken gehen jo 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 wir fahren rum und hören auf Schüsse oder? ich glaube das schlossen bevor wir es rum beinockeln hier ja da ist einer 288 grad auf dem Berg da komm schnippeln wir ich bin vorne auf die Kante das sind 700 auf dem Berg da ich seh den halt nicht ja der hat so'n wetsuit an 282 grad unter dem großen Stein schnippeln muss einfach sprayen naja erstmal unsere Position hier verraten ich hab kein Chalet so wie du halt du hast auch Tracer geschossen das war ein nee das war ein Spray das war ein Spray ja lass den mal rushen das war ein Spray das war ein Spray lass ihn an die Kante hier gehen links läuft er weiter links 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 Hä? Hä? wer hat denn das gekillt von uns? ok er entscheidet Hä? ich stand doch da er wurde nun getötet oder? Clara? ja ja ich würde sagen ob wir hier auch nehmen können aber ich hab mir hier irgendwie gedacht jetzt ob wir hier auch ran kommst du da können sehr interessant da können wir hier auf dem Berg wachen und gucken ja wir können mal ich würd mal so schauen dass ich würd mal da wo wir am Anfang waren ein bisschen Richtung dem Deathmatch Compound wieder runter da kommen bestimmt Leute rein weiß ich lebe nur noch 14 ne von hier ich weiß nicht hier kommen doch nicht so viele lass mal einmal gucken ich hab grad auch noch ja ist die ganze Baustelle noch drin? ne halt könnte trotzdem mal da drin schimmeln ja sonst lass es weiterfahren los recht ich glaub da sind die meisten also dieses Waldstück was ich jetzt markiert hab da ist oft getrieben da ist auch eine schöne steinformation wo man es nicht hinstellen kann äh 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 der ist bei Terra seine Leiche ja hier die da hier würd mich aber nicht wundern wenn hier schon jemand ist äh schau mal links zwei Autos bei dem verkackten Haus wo? da? ok ja dann gehen wir da mal hin und nehmen das mal ein oder? diese Winkel können die da eh nicht aufstehen ich will mal kurz den Stein hier checken um ehrlich zu sein ich spusche jetzt eiskalt dieses Haus bist du hinter mir? da steht noch ein Auto dahinten ich bin 100 Meter hinter dir ich hab kurz die Steinformation gecheckt hier wird jetzt lustig warst du da? hast du geschossen? ne hinten von dem Stein muss jemand auf das Haus schießen ja hinter dem hohen Stein ich spusche jetzt das Haus Stein tot der stand direkt hinter der Tür und einer auf der Treppe äh den einen hab ich noch das war geil ey wenn ich dann im Moment schneller reagiert hätte der nicht beide gehabt aber das war so hä? warum steht der da? wo ist der da? der auf der Treppe ist der andere der eine stand ich mach die Tür auf und der steht dahinter ja der ist so hochgelaufen ich dachte ich hab noch einen gehört eigentlich äh das waren die beiden aus dem Team ja dass die nicht auf den da außerhalb oder so ich dachte halt so jetzt ist jetzt recht im Moment jemand anders lenkt ab und wir können pushen super dann kill ich bloß den anderen ja der stand halt hinter der Tür guck dir mal die Ecke da an wo der drin stand da wo ich jetzt liege stand der zuerst und dann sind wir halt so alleinander vorbei gestraft soll ich der Typ tot? der auf das Haus geschossen hat? ja den hab ich ja gekillt noch bevor ich zum Haus gekommen bin ach so den hab ich direkt zwei drei Headshots gegeben und halt warte doch bin ich wie viel Wut jetzt hier in diesem Haus liegt ey ja ich hab ja noch schnell die große 3 aus den genommen ja nicht einfach wie keine Ahnung 10 Bedkins in dem Haus oder so mindestens 3er Weste Waffe die Autos sind unripped oder? da waren Tracer da vor dir da waren Tracer genau wo du jetzt hinkommst in die Richtung ja naja der muss am Haus dann bist du vorne hinterm Dusch du bist jetzt auch auszuhalten ne? hast du das gesehen ja vor dir ist auch noch eins links vor dir links vor dir näher dran links echt? Hälfte der Weite da siehst du wieder wo der Drop ist wo der Drop ist oh Gott oh Gott ja ich hab ihn gerade gesehen warte mal als seh ich ihn schon nicht mehr ja egal guck erstmal auf den der näher bei dir dran ist hey dann auch noch nix wir warten bis der Circle kommt der ist so weit der will nicht mit dem Auto zählen was sagen schafft das nicht und so schieß ihn raus nee warte komm der fährt direkt auf den Zürich so easy doch doch 2 2 der ist in Rot der ist in Rot warum ist dir das das 2 Typen sind? ich werde es ja dann wieder aufgestanden ich werde es ja auch noch rausgefangen ja du hänt ich werde es ja auch noch rausgefangen das schaffend du kannst jetzt n Tick ne also das da immer noch aushalten hey hey ist der ein Stift also müsste sofort oder ist er rum например ich weiß ich nicht Oh, nicht. Aber genau deswegen hatte ich noch Schärfe. Die hat sich mein Wind in den Schein. Nein! Bin durch! Leg dich da hinter dem Busch und Wettkind. Das überlebst du. Du bist drin, oder? Ja, ich bin drin. Nein! Oh, 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 oh! Die schießen so schnell. Diese Wettkind. Vollboosten. Und dann gleich... Die schießen so schnell. Oh, jetzt haben sie nicht... Haben sie sich ausgewacht? Nee. Hallo? Oh, was? Ach, das hier ist ja, wo wir mal beschlossen werden. Nein, okay. Sieh, du bist verschwunden. Halt die Fresse, Alter. Hau! Vor allem die werden halt selber nicht mehr. Ich hab halt achtig reden, tolles Mann. Huh! Hau! Das ist ein Schuss ins Gesicht. Ja, pff! Nein! Jetzt musst du, glaube ich, gleich vorweg schießen. Willst du gucken, dass du vollen Bus hast? Dann sind die Arme egal. Ne, 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 ne. Oh, da warst du mal einer an. Nichts. Nichts von dir, der Busch dich. Da, ja. Na, war's echt? Ja, ja, da. Ah! Oh! Oh! Ja, da war's. Ja, da war's. Stray. Hier to go. Der schießt jetzt. Der weiß gar nicht mehr, wo du gehst. Geht잣le, du bist grad wieder außerhalb. Also die Richtung, wo die Busch sind, musst du auch hin. Genau. Bis hier oben rum gehen. Oder musst du halt wieder den Flug herunter. Keine Ahnung, was die da machen, Alter. Ja. Da ist bestimmt noch einer. Ja, genau. Auf der anderen Seite der Straße war der noch, ne? Mhm. Aber da vorne, das ist in den Stein, da musste ich nicht mehr hinkommen. Das ist GG. Aber hier ist noch einer, da lebt noch ein anderer. Die waren doch auch da unten zu zweit. Naja, aber es lebt eben noch vier, oder? Ähm, ja. 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 Kann ja immer Rücksicht nehmen, ne? Ne, 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 ne. Der Stein regelt. Und... Noch ein wenig. Wie, der ist jetzt irgendwo hier hinter mir. Wahrscheinlich hat er irgendwie gar nichts und liegt irgendwie in so Busch drin. Heute gibt's auch noch. Was ist denn das nicht? Das ist die bessere. Kannst halt warten, bis die pushen müssen. Ich hätt so gern Granaten. Ich will dich so bumsen mit den Granaten. Ja. Oder einfach draufhalten da jetzt auf den der Freiluft. Oh, läuft. Wow. Nice, Dre. Oh, das ist echt ein Dreier-Team? Ja, das ist der letzte. Wo ist denn der? Ist der da Busch? Ich hab' nicht gesehen. Ja, du weißt, wo sie sind. Du hast zum Glück. Jetzt weißt du, warum du so viele Wettkits hast, ne? Doch, der Spray macht grad echt geil, alter. Voll abgeräumt. Oh, einer liegt jetzt da. Wo ist der andere? Den da unten noch sehen, ey. Der ist da hinter der Mauer jetzt, ne? Ja, wenn du einfach hier über dem Stand chillst und wartest, bis du sie siehst und dann einfach draufhalten. Ah, da ist der andere, okay? Macht der andere auch was? Oh ja. Ich höre einfach auf den, den da dran ist. Ja, verkackt. Du bist immer noch drin, die müssen nächstes Mal jetzt... Auch was ist, dass ich hier nicht irgendeine Scheiße nachlade. Ja, du kannst dir jetzt überlegen, ob du da zu der Lower neben dir gehst. Ah, die pushen dich. Oh ja. Wir sehen so nah ran, wie es geht von... Du, die Mitte ist hier auf meiner Seite. Ich wäre dumm, wenn ich jetzt da was machen würde. Ja. Ich würde einfach versuchen, nochmal zu sprayen, wenn du was siehst. Jetzt zum Beispiel der eine. Okay, jetzt wieder gucken. Einer ist ein bisschen nach links gerade gegangen. Ja. Der andere ist, glaube ich, ein bisschen nach rechts. Ja, einer habe ich gerade links gesehen. Die werden jetzt versuchen, mich von links und von rechts zu killen. Aber das ist eigentlich... Das ist eigentlich ziemlich gut für mich. Dann habe ich sie beide einzeln. Du kannst ja beide Seiten sehen, ne? Du war eigentlich so eine Position, wenn du dich entscheiden musst. Oh man, ich hätte so gerne Granaten, denn die würden so sterben. Weil, Granaten kann ich eigentlich echt gut werfen, aber ich habe keine. Den würde ich auch mit Smokes gern bewerfen, denn vielleicht stoppen denen ihre FPS vielleicht. Na komm, Boys. Jetzt ist die Frage, wie der Circle Shrink ist. Der kann für mich nur gut ausgehen. Der kann gar nicht. Wir sind nicht bei Pedal Grounds. Der kann nicht zu denen schwingen. Der kann auch die Kante geben. Also du kannst irgendwann noch den Stein als Deckung. Komm ich jetzt hier im Regen, Alter. Das ist halt echt ein... Pirate Team zum Schluss. Ist halt schon gut. Ja, es ist mal... Meinst du, der da drüben war auch von denen, der mich so... Ja, ja. Die waren alle Pirate Team. Aber die zwei Kills davor waren relativ lächerlich eigentlich. Dass ich den in den Busch dadurch irgendwie noch weghau. Du hast auch gesehen, dass die halt voll schlecht sind, wie die geschossen haben. Die hätten dich halt dreimal töten müssen. Ja, vor allem ich dann halt... Also in den Busch habe ich teilweise das Gefühl gehabt, jetzt bin ich gleich weg. Ja. Alter, meine Hände sind grad voll zu über die, Alter. Ja. Guck. Boah, geil, das hört sich schwingt. Good luck, boys. Good luck. Jetzt könnte ich halt irgendwie mit die... Die Hatshot oder so, was machen wir denn? Spray? Ja, davor hab ich extrem Angst. Ich hab vorhin gesehen, wie schnell man durch ein Hatshot stirbt. Ich einmal ohne Helm und gut, das war relativ klar, aber... Da kann man sich nicht verschützen. Hat da keinen Winkel auf mich? Da hat auch keinen Winkel auf mich eigentlich. Ja, gut. die können jetzt erwarten wenn du kannst auch erwarten r weil sie werden Teufel tun und irgendwas machen hier einer gammelt an der Kante da der ist dann ja nicht mehr drin ja ne da muss ich direkt an die Straße hier vorne hin also jetzt sterben gleich beide im Circle das haben wir da auch schon mal im Final und wir haben gedacht wo sie sind und dann sterben die einfach einer ist im Busch da oder? ok wenn du so ganz steil guckst kann ich das halt nicht sehen ne das sah nur aus alter meine Hände vor allem ich zoome mal dauerhaft raus eigentlich muss mal so geht es euch auch ja stimmt ja bei dir ist das sowieso das fixt früher konnte man noch weiter rausholen ja ich kann selber bei mir rausholen das liegt an der Spectator Camp glaube ich ok vorher ging das was man rausholen konnte ja bloß dann ich habe das rausholen auf Maustaste halten ich habe so eine extra Maustaste dafür und dann habe ich die muss ich die mit dem Daumen halten aber kann dann muss umgreifen danach ja wie viel Zeit haben die denn noch? wenig ich überlege gerade wie ich am besten peak eine Seite entscheiden links oder rechts ja links weil wenn ich rechts peak nehme stehe ich auf dem Stein oben ja 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 jetzt noch 100 da unten ist der eine links der andere ist rechts jetzt kommen beide durch die Mitte oder was aus das was 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 gg geil gespielt gg jetzt hat legt am ende alter tja die war halt jetzt der stein ich hab's doch gesagt dass der stein wie ich den stein gesehen hab wusste ich schon ohja das wird kann gut werden ich wusste halt nicht dass das dann noch drei sind ich dachte halt am stein ist noch einer oder rechts also ich dachte irgendwo da hinten ist vielleicht noch einer weil ich kam ja hier runter und ich hab ja nur zwei von denen gesehen gehabt deswegen ich dachte auch dass es nur zwei waren hei 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 ja ak habe ich gesehen wie mein hatte der schon drei der war noch nicht mal im circle ja hier siehst du ja die hatten keine chance die mussten halt übers offene feld gehen ja die hatten ja dings westen nur eine einzelne ja gg alter war eine geile runde noch am ende ja wir haben echt noch viele kills gemacht ja ich habe echt noch viele kill gemacht ja ich hab echt noch viele kill